Mein Vater ist Dr. Paul Flamont. Ich kenne keinen Dr. Paul Flamont. Er hat mir gesagt, Sie hätten vielleicht ein schwedisches Buch für mich, eins von Selma Lagerlöf. Stimmt. Du hättest nicht wahr, Frau Flamont. Also, Wandwart, was kann ich für Sie tun? Beretter wahrer, mein Kind? Wir müssen unbedingt mit der Fackel sprechen. Die kommen um die Mückesvorte. Die will das wissen Sie doch. Dachsenmücke. Ich habe viele Bücher. Ich versuche es arrangieren. Können wir noch heute Nacht zu Ihnen? Das schaffe ich nicht. Das ist ein sehr gefährliches Unternehmen. Das könnte man heller versuchen im Orang-Bitti. Man wird sie morgen früh zur Potatis-Koop-Operative bringen. Mein Kind wird... Und wo können wir übernachten? Ja, da oben im Lagerraum. Kann ich klettern? Vielen Dank, Sir. Ingen zu tacken. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 You can go in the morning, under cover of daylight. Thank you. Can we leave tonight? No, no, no. It is too dangerous to travel at night. You. Oh, thank you. I can get you to the torch. We must speak with the torch. Now, you are Hillary Ramond. I can get you to the torch. He said you may have a certain rare book. You're upon five Quaaludes a day. I'm sorry, I don't know a Dr. Paul Flamond. My father is Dr. Paul Flamond. May I help you? Das war's.